Lau, sag doch nicht nein, du Fickgesicht, ey. Ja, ich kann nicht blaupolen, ich bin dafür zu schlecht. Warum sind wir zu leise? Ich bin schneller als du, hartlich, ja. Das stimmt. 20 mehr. Habe ich euch irgendwie geiler Tag an, denn ist das richtig, richtig fun in der Mitte. Man wird... Was macht der da? Hahaha, hast du Spaß? Dämliche fucker Hure, ey. Was noch eine Vasalle für den Busch? Brauche ich also doch nicht pullen? Lass ich den Tings du? Was für eine Vasalle für den Busch? Ja, der sitzt doch da im Busch gegenüber. Ja man, habe ich jetzt gerade nicht, du Pisser. Die rennen noch weiter nach vorne. Ich wollte gerade sagen, ja. Soll ich jetzt trotzdem pullen oder soll der... der Mundo draufhauen? Ja, pull mal da ein Pimmel aus. Komm mal pullen. Was sag ich denn für ein Schwachsinn? Pullen mal da ein Pimmel aus. Ne, nicht auf, aus. Ich frage mich, was der Mundo da machen will. Der will sich blau holen, glaube ich. Loll, ey, was ist das denn? Hallo, auf jeden Fall lustig da, da kann er sein Mana regenerieren. Warte, jetzt heißt du dich neben mir, aber so da dich davon nix abkrieg, oder was? Hahaha, ja. Alter Vater, ich lass dich gleich so jämmerlich verrätten. Du kannst ja sowieso nix. Aber wieso hat ihr denn so eine mega Reichweite, wieso sehe ich die denn nicht? Weil ich im Busch bin. Ja, du bist auch im Busch, ey. Juhu. Los geht's. Irgendwelche Geistesblitze. Ich werd hier voll gesnackt! Ja, und, und Hardy snackt sich den direkt. Alter, du wirst mich doch veräppeln, ey. Ich werd voll gesnackt und der snackt die andere da. Komm, Hardy! Wirst du mich doch verkrüppeln? Was hab ich überhaupt für Skills? Erstmal gucken. Hahaha. Habe ich drauf drauf. Boah, Hardy ist voll der Pro, ey. Schon in der letzten Aufnahme, wo Hardy mitgemacht hat, sind übrigens 2000 Spiele vergangen. Hahaha, das ist ne Lüge. Muss man natürlich auch. Hat sich ne Lüge 30. Hat sich voll voll alle heroes gekauft. So, ich geh jetzt mal kurz mal ne Stiefel holen. Du machst das hier schon. Die Springer Stiefel wieder. Oh ja. Erwischt. Klar, ich mach das hier in den Fernkampf und so ein Jump-Typen, ja. Ja, ich bin doch schon wieder da, jetzt. Ich krieg ihn nur voll, ob du hast du wieder. Das hat die Sonne getäubt. Das darf nicht wahr sein. Was war denn? Mal ein bisschen Licht machen. Wirst du mich verarschen? Wer willst du denn von mir? Schießt er so aus ein Falken irgendwo hin, wo wir also sowieso alles sehen, was sowieso kein interessiert. Ich mag den Falken. Ich schütte den gut. Ich krieg richtig damage. Jetzt pass auf oben auf, der Typ ist nämlich abgehauen. Dennis, ja genau, pass auf oben in der Mitte da. Oh ja, sehr gut. Früh gesagt. Na da haben sie sehr früh gesagt. Der ist auch gerade erst abgehauen, der ist nur halt super schnell unterwegs. Hammer nice SS auf jeden Fall. Keiner saft wird. Jetzt schon wieder fängst du an zu feenen. Hammer. Ha, so sieht das aus. Pass auf Rad, der kommt jetzt auch von oben. Jaja, der kommt da. Aber ist einfach mein Style, weißt du? Neck Style. Na. Will dir überhaupt nicht stört, da ich den da fett angefickt hab? Ja. Natürlich nicht. Wir machen viel weniger Leben. Wir kann aus dem Busch rausjumpen, ne? Naja. Busch rausjumpen. Der hat sich gerade gemacht. Ja, ja. 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 Level Up. Oh, Sepp kriegt auf die Fresse. Greifen. Wenn ich aber noch ein mitgegeben. Ah ja, aber nicht getötet. Ja, weil ich auch hier 500 cri-damage mache schon mit LV4. Du machst das nicht. Das ist jetzt. Du hast recht. Schon immer sind die anderen Schuld, wenn es verreckt. Nein, das habe ich nie gefragte. Ich halte, ich wollte verrecken. Aber du hast ihn dann nicht getötet. Du wolltest verrecken. das ist natürlich eine gute ausrede ich wollte sie nach uns nichts ich hab den hier er wird jetzt geht es noch geändert was weiß sowieso kein live mich hoch weiter 46 ab jetzt aber nicht noch nicht probiert einfach mal ja so gerade eben wirst du das schaffen tatsächlich ich hab danach 111 leben naja jetzt kommst du klar ohne probleme und geil zu der zeit zu der zeitpunkt ist glaube ich schon 03 als er den schatten gezockt hat und guter ruf immer die macht aber auch ordentlich damit mit ihrer schwulen kann erst auf level 6 auf ich habe multi ich sehe ich zu spaß also halte ich doch mal nicht wenn ich in der nähe nicht in der nähe bin was meine fähigkeit ist mir egal denn ist das auch darum zu zweit wieso können soweit jumpen was ist denn das für eine habe ich schon gesagt ja kann dampen ja das ist ja schön dass der jumpen kann mit egal als effektos wie sich die dann schon level 6 was geht mit der bleibt geschmeidig denn es ja da kommt in der mitte pass auf ja dann ich mal kurz shoppen oder rennt einmal hier um der rentier um die snaggle 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 hast du daneben geschossen was hätte ich denn da machen soll die schwätzgesicht gewählte springt ich einmal an da bist du tot sprich mich nicht an bringt mich nicht an gehen wir nicht auf die klöten man ist das anstrengend mit dem pisser ich bin so ich bin mythisch man kann ich das überlebt er Oh Gott, jetzt gibt er mir, oder was? Oh, scheiße. Nein, und jetzt bin ich natürlich nicht genau genug dran. Oh, hoffentlich. Nein, warum läuft der denn jetzt zurück, die kleine Socksau? Geht. Ammer, öde. Öde. Ja, ich hab' nicht gekriegt. Mann, 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 Mann. Der geht jetzt in Rot holen und dann gehen wir die Winkflicks löschen. Ja, alles cool. Soll man ein bisschen defensiver spielen oder wird machen? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Du machst halt erst Endgame-Schaden. Ja, das ist wohl wahr. Alter, fickt ihr mich jetzt schon wieder hier, oder was? Ach. Ja, weißt du, sehr kritisch auf die Fresse und hat gesagt, alter fickt ihr mich schon wieder. Ja, ich hab' nicht vor dich geworfen. Alter, aber noch nicht so ein Bullshit. Du hast dich völlig vor mich geworfen. Ja, deshalb hab' ich auch vor dich gestellt. Ich bin Sepp, ich bin so selbstlos. Und da man muss ja einer muss dem Noob helfen. Dem Noob sagt er, ey. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da weil er trifft die mich wieder mit dem ding auch mehr geld du nicht alle drauf ja alter die mich wieder lol ich habe mich mal davor gestellt gehen die weg hat er kommt von oben oder denn es der kommt zu dir pass auf der kommt von hinter uns der fickt mich jetzt wo hätte ich denn hier soll der sind hingesollt sicher ich werde hier nur gefickt älter der turm geht jetzt gerade mal derbe drauf und selbst kriegt auch kriegt auch fresse überlegt hat er sich ja überlebt ja ich bin jetzt da eine linie was die beiden doch mal kommt jetzt angeflogen angeflogen das ist aber echt richtig alter wie wir die mini cd die kill sex necken bisschen so langsam alter es gibt es auch nicht ja so kriege ich mein bf stock nie mal die macht zu wenig damage boah wie die mich immer damit trifft fahr ich kann das auch links ist es, sagst du, sonst keiner sagt das links fehlt so ungefähr alles ja links fehlt einiges mitte, drei stück ja 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 Das war nütz! Nütz sein! Die Hände! War der erste Pfeil? Nein! Da lief doch gerade einer an uns vorbei! Ist ja egal! Nice! Schön! Nice! Nice! Na, der ist nach oben weg! Dann lass den Turrall die Drachen machen! Ok! Geld kann ich gebrauchen! Egal! Der jumpt uns den weg wahrscheinlich! Naja, gut! Kennen kommt von oben! Aber jetzt! Hau ab! Ich renne! Nein! Da nehme ich das nicht mal, weil die anderen da jetzt auch kommen! Meinst du? Ja! Ui, das war knapp! Ja, hd zischt erstmal ab! Wieso geht denn mal hd ohne, äh, mit Fallem neben weg? Weil ich sonst kein Damage mache! Ich muss ja erstmal eine Waffe und habe ich mir überhaupt mal Damage mache! Ja! Ja! Jetzt hätte ich da, als wäre ich da reingehauen und wäre verreckt! Alter! Das Blitzding ist ja auch wieder so stark! Er hat es immer so kacke stark mit seinem komischen Ult hier! So, warte mal! Ich hau doch mal gleich mal einen Pfeil rein, wenn die da gleich wieder auftauchen! Warte! Gibt's denn mehr zu oder was? Gibt's denn mehr zu oder was? Na! Echt! Äh, nice! Er hat zwei Heroes auf einer Lane! Drückt keinen! Ey, weißt du, aus großer Gefährdung war, da treffe ich immer! Aber das... Also hd, ey, ohne Scheiß, du hast echt ein Talent dafür! Oh ja! Wenn du was kannst, dann kannst du failen! Oh ja! Kennen kommt! Und Morde Kaiser kommt! Oh, jetzt gibt's ja Fresse! Ich weiß nicht, wo ich hin soll! Nice! Loil! Scheiß, wie alle da waren! Loil! 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 Boil! Wo war ein Pepper! Ne, nicht jetzt! Autsch! Bsk Its nadae! Alte! Wann soll ich'n dagegen machen! Oli! Nicht vier gegen vierekantes! Boil! Me ich mich geschafft! Ew! Boil! ich habe meinen fall sofort wieder drin hat denn selbst der ist hier drin der team alles darauf schießt eure fähigkeiten einfach da drauf weil wir stehen alle hier drauf volle pulle salven ist da drin haut einfach alles die ganze zeit damit irgendwann sterben da ist also da ist diese kleine ich habe jetzt meinen fall da rein ja aber ich sehe doch keinen richtig ich habe sie ich dachte wir machen wir machen die tue wir verpüßen uns ja wie kurz auf die minns warten ist so ein fucker wie er immer alle kills kriegt ja stimmt ich habe keine ist das